Wir sind bereit für den Job gekommen, für diesen Feier heute Abend mit uns hier zu feiern. Wir alle versuchen, mit der sich verändernden Umwelt umzugehen und sie zu verbessern, vielleicht am besten. Meine Überzeugung ist, dass wir diese Begleitung dieser Systeme am besten gemeinsam schaffen. Meine Kollegen und ich sind an einem solchen Tag für heute immer sehr berührt, wenn wir sie sehen. Schick angezogen, so hübsch, so reif, um sie zu entlassen. Wir sind ganz beglückt über das, was sie alles erreicht haben. Ich kann Ihnen eines versichern, mit dem, was Sie studiert haben, alle miteinander, und den Themen, die wir adressiert haben heute Abend, Sie werden gebaut, und zwar ganz dringend. Und ich weiß, dass mit Ihnen die Zukunft in guten Händen ist. Es ist jetzt Ihre Zeit. Vielen Dank. Ja, ich habe eine sehr schöne Aufgabe heute Abend, ich darf Sie begrüßen, im Namen des Alumni-Clubs Landschaft. Dieser Alumni-Club hat sich irgendwann mal überlegt, wie können wir junge Studierende fördern in ihrem Engagement. Und es ist ganz wichtig, dieser Studiengang, den wir gemeinsam betreiben, ist zu dessen gegen qualitativ so hochwertig, weil Studierende aktiv sich einbringen in das Miteinander. Wir schreiben auf unsere Urkunde, die wir verleihen, und Anerkennung ihres herausragenden Engagements für die Hochschulgemeinschaft im Rahmen ihres Studiums in Landschaftsrichtektur und Landschaftsplanung, zeichnet der Alumni-Club Landschaft der TU München, Frau Vera Donata-Wesinger. Vera, Sie waren schon mal da, Sie dürfen gerne wieder, es ist kein Zugang, es ist ein bisschen. Ja, vielen Dank, vielen, vielen Dank, danke auch, meine Kommission, danke an den Fachschaftsplan. Und eigentlich haben Sie es eh schon gesagt, alleine schafft man gar nichts und alleine kann man noch nichts auf die Beine stellen, es können immer ganz viele Leute dazu. Deswegen möchte ich diesen Preis aus dem Namen der Fachschaft und dem Namen der anderen engagierten Studierenden empfangen. Ja, sehr verehrte Damen und Herren, liebe Kommilitonen, vor vier Jahren haben wir hier in Main-Stefan zusammen einen gemeinsamen Lebensabschnitt begonnen. Als Studie gegangen mit 60 Studenten war es daher auch mindestens genauso spannend, euch kennenzulernen wie den Alltag in der Uni mit Vorlesungen, Projekten und allem, was sonst noch dazu gehört. So sind Bekanntschaften, aber auch tiefere Freundschaften entstanden, die mit Sicherheit das Studium überdauert werden. Und wenn ich schon bei der Zukunft angekommen bin, will ich euch nun für euren weiteren Weg nach dem Bachelorstudium alles, alles Gute wünschen. Ich habe mich den Auftrag, mich im Namen von allen hier zu bedanken, bei den Eltern, bei den Geschwistern, bei Verwandten und Freunden, die uns während unseres Studiums immer beigestanden haben. Jetzt wünsche ich euch und uns eine schöne Feier heute Abend und würde gerne die Professoren der Lehrstunde raus bitten, um sich ein kleines Dankeschön von uns abzunehmen. Musik 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 Applaus Applaus